Die unsichtbaren Linien um die Erde, also ganz, ganz viele Kultstätten, Megalitbauten, auch Sakralbauten befinden sich auf schnurgeraden Linien und das also in verschiedenen Maßstäben, ob man nun verschiedene Dörfer miteinander vergleicht, ob man richtig große Länder miteinander vergleicht oder ob man das weltweit macht, immer wieder zeigen sich Linien auf den Sakralbauten und auch Megalitbauten sich alle wie auf einer Perlenschnur. Aufgereicht befinden. Darum geht es in diesem Video. Ja und wie immer an dieser Stelle erstmal. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Ja angefangen hat es bei mir mit einer Dokumentation über das Fichtelgebirge vom Kanal Bäumler Film mit dem Namen Fichtelgebirge geheimnisvoll die unsichtbaren Linien. Und darin zeigt der Prager Heimat- und Gesteinsforscher Dr. Rudolf Zemek, dass also dort verschiedene Linien zu ziehen sind über die verschiedenen Sakralbauten. Und dass genau auf diesen Linien halt nicht nur Kirchen, sondern auch Ortskerne, markante Felsen, Steinbrüche, Bergwerke und ja viele außergewöhnliche Orte und Wegetrassen sind. Also vor allem markante Felsen mit so, also ja schon sehr auffälligen Strukturen, wo die Geologen natürlich sagen, alles Zufall, alles Launen der Natur. Aber wenn man die auf dieser Linie miteinander sich anschaut und manche Steine sind halt eben megalithischen Ursprungs, die sind dorthin geschafft worden, dann merkt man, naja, also das kann erstens kein Zufall sein. Und zweitens, wie soll denn bitte vor 40.000 Jahren jemand auf dieser Linie, die sich ja über hunderte Kilometer zieht, das schon geplant haben, wenn es angeblich keine Karten, GPS und ähnliches gab. Erstmal zurück zu dieser Dokumentation. Das ist auch spannend, dass die meisten dieser Linien den Gipfel der Kösseine schneiden. Das ist ein Tafelberg. Ja und wenn man das sieht, könnte man natürlich sich auch fragen, Mutterbaum? Fragezeichen. Aber erstmal, also schauen wir uns mal eine von diesen Linien an. Die startet in der Stadt Chemnath. Hier verläuft die Linie direkt durch eine Kirche und interessanterweise, er fährt dann sogar die einzelnen Orte ab und in der Chemnath der Kirche, da befindet sich sogar eine Ausstellung über die steinzeitlichen Funde, die dort in dem Ort gemacht wurden. Dann weiter auf der Linie befindet sich das Dorf Witzlasreuth. Auch hier schneidet die Linie wieder einen Sakralbau genau im Dorfzentrum und weiter dann auf der exakt gleichen Linie schneidet sie einen außergewöhnlichen Felsbrocken, einen sogenannten Wackelstein. Das ist also ein Stein, der hier ist knapp 20 Tonnen schwer, der auf einem anderen Stein so ausbalanciert ist, dass man ihn, also bis vor kurzem ging das noch, mit bloßen Händen bewegen konnte. Daher auch die Bezeichnung Wackelstein. Ja und interessant ist, wie hier die, also Auslegungen auseinander gehen. Für Geologen ist das eine Laune der Natur, ein reiner Zufall, ein ganz natürliches Schauspiel. Aber da gibt es natürlich viele Geschichten vor Ort über die Nutzung von keltischen Priestern zur Weissagung. Und das ist ja schon mal interessant, also allein diese Verbindung hier. Aber es geht dann noch weiter. Direkt auf dem Gipfel der Kösseine gibt es dann ein steinernes Blockmeer. Also ganz, ganz viele Steine, die dort liegen. Und auf der Nordseite gibt es sogar noch eine Besonderheit dieser Gesteine. Dort weist das Gestein sogenannte Schüsselbildungen auf. Also auch hier sagen die Geologen, dass es alles ja natürliche Bildung sind sozusagen. Aber es ist natürlich, also wenn man dann noch weiter sich damit beschäftigt, es wird immer unwahrscheinlicher. Vor allem, weil es teilweise wirklich runde geometrische Formen sind, die, und das sagen sie in der Doku auch, eher den Verdacht aufbringen. Naja, das ist höchstwahrscheinlich von Menschen eingebracht worden. Aber gut, wir sind auf der Kösseine, gehen weiter auf der Linie. Dort liegt der Kaiserfelsen, auch wieder mit einer dolmenartigen Steingruppe. Auch hier wieder die Frage megalithischen Steinen überseht. Und auch dort befindet sich ein Granitblock auf lediglich zwei Auflagerpunkten. Also was ja sehr, sehr auffällig darauf hinweist, dass er dort platziert wurde. Und an seiner Oberseite befinden sich auch wieder zwei von diesen Schüsseln. Direkt daneben ist so eine wirklich kreisrunde Schüssel. Und wie gesagt, auch in der Doku sagen sie vorsichtig, dass sich unweigerlich der Gedanke aufdrängt. Hier haben Menschen Hand angelegt. Auch unter diesem Stein befindet sich dann ein Stein mit einer Doppelschüssel. Und da darf man sich dann halt beherzt auch fragen, wie viele dieser angeblichen Zufälle der Natur braucht es, um Zufälle der Natur ausschließen zu können. Und sich dann halt eben zutrauen zu sagen, naja, das ist von Menschen gemacht worden. Und wenn das alles auf einer Linie liegt, dann hatten die wahrscheinlich da auch eine gewisse Absicht. Wir wissen nicht, welche Absicht, aber das drängt sich ja auf. Und ja, nur weil wir, also wir, weil die allgemeine offizielle Forschung den Menschen damals diesen Entwicklungsstand nicht zugestehen möchte, heißt das ja nicht, dass das, was man da sieht, nicht halt eben genau das sein kann, was es halt eben möglicherweise ist, eben Menschen gemacht. Gehen wir weiter auf dieser Linie. Die lässt sich dann weiterverfolgen zum Herrgottstein. Der hat auch wieder Sitzmulden, auch Priestersitze genannt. Und dieser Stein wurde sogar laut offizieller Geschichte in vorgeschichtlicher Zeit dorthin gesetzt. Und das fand ich wieder sehr interessant, weil über diese megalithischen Steinsetzungen hat ja auch der Dr. Heinrich Kusch in seinen Forschungen viel berichtet über die Zugänge zur Unterwelt, die halt eben genau mit solchen Megalithsteinen markiert wurden und also manchmal auch entfernt worden sind. Aber er hat halt wirklich oft geschaut, hey, wo sind denn in der Steiermark diese Megalithen? Hat dann da geschaut und hat also sehr, sehr häufig Zugänge gefunden. In der Dokumentation über das Fichtelgebirge geht es ja leider nur um die oberirdischen Linien sozusagen. Aber das wäre natürlich interessant, das oberirdische Gestein nochmal mit Geobodenradar zu untersuchen. Hey, vielleicht findet man ja da auch unterirdisch was. Also es ist ein riesig großes, mega interessantes Thema. Wird die Linie dann weiter verlängert, dann endet sie in der Stadt selbst in der Erkersreuter Kirche. Und einer schreibt unter diesem Video, dass er selbst sich lange mit den Forschungen des im Bericht genannten Heimatforschers beschäftigt hat und die Punkte auf den Linien haben noch eine andere Eigenart, die in diesem Bericht nicht erwähnt wird. Die entsprechenden historischen Punkte liegen nicht nur auf einer Linie, sondern haben auch immer den gleichen Abstand voneinander oder ein Vielfaches davon. Ich finde es auch höchst erstaunlich, dass die Opferschüsseln nur im Norden der Berge auftreten. Geologen sprechen immer wieder von Verwitterungen, diese müssten aber gleichmäßig verteilt sein. Zumindest aber verstärkt an der Wetterseite zu finden sein. Und die ist im Fichtelgebirge im Westen zu finden. Also eine sehr interessante Geschichte hier. Und jemand schreibt auch zu meinem letzten Video, wo ich ja eigentlich nur über die Kirchen und ihre feinstoffliche Umwandlung von Energie durch die Fenster und was der Baummentor darüber herausgefunden hat, gemacht habe. Da schreibt derjenige, ich habe das in meiner Heimat schon vor Jahrzehnten festgestellt. Kann jeder selbst überprüfen, die Kirchen der Eifelortschaften Wintersbelt, Wiesenbach, St. Wied, Emmels und Recht liegen auf einer Linie. Zieht man hier durch St. Wied eine Senkrechte, so landet man in jeweils vier Kilometern Entfernung im Norden bei der Kirche von Wallerode, im Süden bei der von Neuendorf. Das Thema fasziniert mich, wie gesagt, schon sehr lange. Ich habe mal angefangen, dir diese Kirchen, die dort in der Region sind, mal zu markieren und auch nur die Kirchen, die alle auf einer Linie liegen, mit Linien zu verbinden. Und du merkst schon, dass das, also würde man dann noch weitergehen, immer mehr geometrische Formen ergibt. Interessant auch, nicht immer sind es Sakralbauten. Also wenn man jetzt die Sternenspitzen hier verlängert, dann ist auch manchmal ein Reiterhof dort zu finden, im Nirgendwo. Und also das ist dann natürlich schwer nachzuprüfen, ja, was ist da. Aber wie gesagt, das ist nicht selten, dass, also wie jetzt in der Doku auch, wenn man dann eben vor Ort ist und der Geschichte folgt, man dann halt eben merkt, ja, da gab es Megalitsteine, da gab es alles Mögliche. Und genau deswegen ist dann zum Beispiel dort diese Siedlung entstanden oder dieser Hof entstanden. Also sehr, 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 sehr interessant. Und auch der Erich von Däniken hat dazu, wie gesagt, vor längerem schon ein Video gemacht. Das nennt sich Heilige Linien. Und also er zeigt, dass also oftmals diese Megalitbauten und auch die Sakralbauten sich auf einer Linie befinden und sagt auch gleich vorab, dass die christlichen Bauten oft eben auf heidnischen Kultplätzen errichtet worden sind. Und ja, nicht selten wurden einfach die Steine, die da schon waren, dann halt eben direkt als Fundamentsteine genommen oder direkt auch gleich überbaut. Hier mal ein Beispiel von Stonehenge. Ja, und da sieht man es halt schon. Also eine megalitische Anlage Stonehenge und dann halt die Kathedrale. Aber das gibt es halt eben auch deutlich größer. Hier mal in Deutschland die Städte Wiesbaden, Worms, Speyer, alle auf einer Linie aufgereiht oder auch einmal noch größer gezogen. Aachen, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg und so weiter. Wobei man auch sagen muss, dass eine Linie, also je größer die Skalierung ist, auch immer ungenauer wird. Also natürlich hat man da Städte drauf. Man sollte schon vielleicht ein bisschen genauer reingehen und schauen, was befindet sich genau auf dieser Linie. Also in einer Stadt wie Frankfurt oder Würzburg, da gibt es ja mehrere Kirchen, mehrere Sakralbauten und da sollte man halt eben schauen, stimmt das dann mit der Linie noch. Aber bleiben wir mal ganz kurz in dieser großen Skalierung. Da zeigt er, dass zum Beispiel eine Linie mit megalitischen Anlagen in Frankreich auch alles komplett eine Linie ergibt. Und da gibt es ja nicht so viele megalitische Anlagen, da fällt es schon auf. Oder hier die Sternenstraße, wo halt also mehrere Orte drauf liegen, die alle auf den Wortstamm oder wo sich der Wortstamm auf den Stammstern bezieht. Also zum Beispiel Leseterien, Frankreich und dann durchgehend rüber bis Santiago de Compostella, was ja ein ganz, ganz heiliger Ort ist für die ganzen Pilgerreisen. Und wenn man mal ganz genau reinzoomt, das hat der Dr. Jens Möller entdeckt, stellt der Erich von Däniken in seinem Video auch vor, dass Kirchen auch mal in geometrischen Formen angeordnet sind. Das ist jetzt zum Beispiel in Karlsruhe. Und unschwer erkennt man ein Pentagramm. Und auf diesem Pentagramm befinden sich dann auch noch weitere Sakralbauten. Also das ist dann schon ein kleinerer Maßstab und sehr, sehr auffällig. Er zeigt auch noch weiter, das geht auch noch weiter zurück in der Geschichte, dass zum Beispiel in Dänemark die Wikingerburgen über hunderte Kilometer alle auf einer Linie ausgerichtet sind. Ja, und er fragt selbst, naja, es gab damals keine Landkarten. Wie konnten dann diese Orte alle so punktgenau auf einer Linie platziert werden? Und dann noch die Frage, ja, was war denn zuerst da? Also war die Linie zuerst da? Oder eben eines dieser wichtigsten Kultbauten, an denen dann die Linie ausgerichtet und diese ganzen Bauwerke eben errichtet wurden. Aber, und das ist halt die wichtigste Frage, warum? Und das kann halt die Archäologie heute aus meiner Sicht überhaupt nicht beantworten. Und wenn man diese Frage beantworten möchte, dann muss man aus meiner Sicht zuerst zugeben, hey, also wir können es nicht erklären mit unserem, ich sage jetzt mal, materialistisch geprägten Weltbild und wenn wir das doch erklären wollen würden, dann müssten wir anerkennen, dass also diese Präzision, diese Linie, dass wir nicht mal wissen, wie sind denn diese Megalitbauten damals eigentlich entstanden? Was war die Technologie oder was war vielleicht auch die geistige Fähigkeit, um Steine zu bewegen? Wie wurde vielleicht mit Frequenzen anders gearbeitet? Also wir merken, es gab damals ein Wissen, ein ganz hochentwickeltes Wissen, was uns heute nicht zur Verfügung steht und was letztendlich die modernen Forscher dazu zwingt, zu sagen, also wir wissen es nicht, das hört sich nicht so gut an, deswegen erkennen wir einfach unseren Vorfahren diese Fähigkeit ab und sagen, das ist alles Zufall. Ja, aber wie gesagt, wenn man nach dem Warum fragt, dann kommt man unweigerlich dahin, dass es auf jeden Fall absolut hochentwickelte Kulturen gab, die, ja, also wie auch immer Zugang zu anderen Technologien oder halt eben geistigen Fähigkeiten hatten, die uns heute nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das ist auch interessant, der Erich von Dinnicken sagt, na ja, und diese steinzeitlichen Anlagen, die entstanden dann sogar noch zu unterschiedlichen Zeiten. Also es ist nicht, dass eine Zivilisation alles auf einer Linie gebaut hat, sondern das kommt dann nochmal zusätzlich dazu. Und das greift auch die Doku Das Geheimnis der Pyramiden auf. Und sie sagen ja, dass auf einer 100 Kilometer breiten Bahn diese weltumspannende Perlschnur bedeutende Kultstätten umspannt. Also sie nennen es in der Doku den Kultstätten-Äquator und sagen auch, dass genau diese Kultstätten, auch wenn sie auf einer Linie liegen, alle aus unterschiedlichen Zeitepochen stammen. Also zum Beispiel in Peru der Paracas-Kandelaba, dann die Nazca-Linien, dann Orantaytambu in Peru, Machu Picchu, Cusco, dann die Pyramiden in Gizeh, dann die Felsenstadt Petra in Jordanien, Angkor Wat in Kambodscha und auch die Osterinsel, wo man die Vermutung aufstellen könnte, naja, also warum gerade da? Also bis heute ist nicht klar. Also erstmal, wie sind die da hingekommen? Okay, das ist so tausende Kilometer mit irgendwelchen Holzschiffen. Aber dann sind sie da und dann bauen sie da die Moais, also riesige Steinköpfe, wo man sich sagt so, hä, also hatten die nichts anderes zu tun? Und dann liegt das auch noch auf einer Linie mit anderen megalithischen Anlagen. Und ja, also irgendwas muss doch da sein. Ja, das ist wirklich interessant und es drängt sich ja sozusagen auf zu sehen, hey, das ist kein Zufall und das muss denen damals ganz, ganz wichtig gewesen sein. Und nicht nur, dass es einer einzigen Zivilisation wichtig war, sondern immer wieder verschiedene Zeitepochen, Zivilisationen verschiedener Epochen haben immer wieder, also bewusst oder unbewusst, ihre stärksten Kultstätten auf dieser Linie ausgerichtet, was ja eigentlich bedeutet, hey, wir sollten da tiefer reingehen. Also es gibt offenbar eine feinstoffliche Art von Energie, die der modernen Wissenschaft bisher nicht zugänglich ist und deswegen kann sie nicht anders als von Zufällen sprechen und unseren Vorgängerzivilisationen genau diese Absicht in der Entwicklung, in der Architektur und der Platzierung dieser Kultstätten aberkennen. Ja, oder wir erkennen halt eben an so, hey, da ist was ganz, ganz Krasses, was uns anspringt, was möglicherweise extra in Stein gebaut wurde, damit es halt auch die Jahre über dauert. Also das ist ja in der Dokumentation das Geheimnis der Pyramiden, dass sie halt sagen, hey, das sind Katastrophenzyklen. Aber das muss es nicht mal sein. Es können auch Hinweise sein auf ganz andere Fähigkeiten, die uns Menschen eben zur Verfügung standen und die uns möglicherweise, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir diesen Weg wieder gehen, wenn wir das freischalten sozusagen, dass wir dann halt eben auch verstehen, hey, was haben die damals gemacht mit Frequenzen, möglicherweise mit ihrem Geist oder was auch immer. Also da gibt es auf jeden Fall super viel zu entdecken. Ja, und ich bin auch jetzt wieder gespannt, was jetzt unterhalb dieses Videos an Kommentaren, an weiterführenden Kommentaren noch dazu kommt. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön von mir. Diese Videos entstehen immer nur aufgrund dieser verschiedenen Sichtweisen, dieser verschiedenen Kommentare, die ich mir selber durchlese und wo ich dann merke so, wow, der hat das entdeckt, der hat das entdeckt, da gibt es das noch. Und wenn ich das zusammenfüge, nur so entstehen solche Videos. Also von mir ein riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle einmal an euch und also wie immer an dieser Stelle auch ein riesengroßes Dank an alle, die mich unterstützen. Ja, und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.